Was ist das beste Proteinpulver? Meine Güte, das ist wahrscheinlich die Frage, die ich mit am häufigsten gestellt bekomme. Und obwohl ja wirklich jeder Hersteller immer behauptet, dass ihre Proteinpulver die besten sind, muss ich vorab schon mal eines loswerden. Das per se beste Proteinpulver, das gibt es so einfach nicht. Dafür sind alleine schon unsere Geschmäcker und auch unsere Vorlieben viel zu unterschiedlich. Aber wir können versuchen, das für dich beste Proteinpulver zu finden. Und genau das probieren wir in diesem Video. Vorab muss ich zu diesem Video aber erstmal folgendes loswerden. Whey-Protein ist ja ein sehr weiter Begriff, der beispielsweise auch diese ganzen Clearways mit einbeziehen würde. Genau solche Exoten schließen wir aber für dieses Video aus und heben uns die am besten für ein andermal auf. Heute soll es wirklich nur um die Proteinpulver gehen, die sowohl in Wasser als auch in Milch genießbar sind und die man wahlweise auch in seinem Porridge verarbeiten kann. Ich stelle euch dazu ein paar Kandidaten vor, nenne deren Stärken und Schwächen und gleichzeitig auch noch meine Lieblingsgeschmacksrichtungen. Auf Basis dessen solltet ihr dann in der Lage sein, für euch selbst zu entscheiden, welches Produkt am besten für euch passt. Wenn diese Herangehensweise gut ankommt, kann ich gerne auch noch weitere Videos dazu machen. Aber fangen wir erstmal mit den ersten Proteinen an. Und beginnen direkt mal beim absoluten Topseller in Deutschland, dem ESN Designer Whey. Hier haben wir einen Mix aus Molkenprotein Konzentrat und einer undefinierten Menge an Molkenprotein Isolat, also dem hochwertigeren der beiden Rohstoffe, die aber sicherlich eher deshalb nicht genau definiert ist, weil hier ESN je nach Rohstoffqualität mal mehr und mal weniger Isolat einsetzen muss, um die gewünschte Menge an Eiweiß zu erreichen. Es hat ja nicht jeder Whey-Protein-Konzentratrohstoff immer exakt diese 78% Eiweiß. Und wenn jetzt beispielsweise mal ein Rohstoff etwas mehr Eiweiß haben sollte, kann man sich aus Sicht von ESN natürlich etwas vom Isolat sparen. Dieselbe Herangehensweise hat übrigens auch Bodylab24, weshalb auch die keine konkreten Angaben zum Isolatanteil ihrer Proteine machen könnten. Wenn uns aber die Vergangenheit irgendwas gelehrt hat, dann dass der Isolatanteil bei ESN so um die 30% schwanken dürfte. In Sachen Eiweißgehalt liegt ESN in der Regel im eher niedrigen 70er-Bereich. Strawberry Cream geht hoch bis 76%. Es gibt aber auch vereinzelt ein paar Sorten, die in den 60er-Bereich reinrutschen. Ist in dem Sinne also kein Top-Wert, liegt aber bei den jeweiligen Geschmacksrichtungen auch meistens daran, dass mit irgendwelchen Zusätzen in Form von beispielsweise Zartbitter-Schokoladenstückchen und oder Erdnussmehl gearbeitet wird, die dann den Anteil der Molkenprotein-Mischung logischerweise immer etwas nach unten drücken und damit auch den Eiweißgehalt senken. Die größte Stärke bei ESN sehe ich vor allem in der Geschmacksvielfalt. Gerade so Flavors wie Honey Cereal oder White Cookies & Cream sind schon was Besonderes und stechen auch aus der Masse heraus. Die Intensität und Süße der Flavors, die ist eher im oberen Mittelfeld anzusiedeln. Teilweise können aber auch Flavors wie die eben genannten Honey Cereal und White Cookies & Cream in Wasser echt etwas dünn schmecken. Durch die große Auswahl gibt es hier auch einige Flavors, die mir beispielsweise gar nicht gefallen oder die einfach 0815 sind. Darunter fällt beispielsweise sowas wie Buttermilk Lime, Chocolate Drink oder auch Salted Caramel. Aber mit Honey Cereal, Almond Coconut und ganz besonders Cinnamon Cereal sind halt auch richtig geile Flavors dabei. Ich habe jetzt übrigens ganz bewusst das ESN Designer Way an den Anfang dieses Videos gesetzt, um das als das bekannteste Proteinpulver von allen jetzt auch als Referenz für die ganzen anderen Produkte zu verwenden. Und machen dann auch weiter mit dem Tasty Way von Quantum Leap Fitness. Hier handelt es sich im Gegensatz zum Designer Way um ein reines Whey-Protein-Konzentrat. Allerdings ist der Eiweißgehalt, der meist im unteren 70er-Bereich liegt, deswegen nicht zwangsläufig schlechter. Hier wird nämlich konsequent auf stückige Zusätze verzichtet und deswegen braucht es hier auch kein Isolat mehr, um gleichwertige Nährwerte wie bei ESN erreichen zu können. Herausstechen tut das Tasty Way vor allem wegen seines Geschmacks. Was Quantum Leap Fitness nämlich besser gelingt als ESN, das ist es, dass die Flavors der Shakes auch in Wasser immer noch richtig intensiv durchkommen und eben nicht so krass verwässern. Dass man sein Proteinpulver bewusst mit weniger Wasser trinkt, damit der Geschmack eben noch so halbwegs gut durchkommt, ist hier also tatsächlich nicht mehr nötig. Mein großer Highlight-Flavor hier ist auf jeden Fall der Butterkeksgeschmack, aber auch Pistazie und Vanille-Eiscreme kann ich echt sehr ans Herz legen. Anderes relevantes Merkmal ist auch der verhältnismäßig hohe Anteil am Verdickungsmittel Xanthan. Der ist nicht schädlich und findet sich tatsächlich auch bei einigen Flavors von ESN wieder. Aber hier ist das eben eine zentrale Eigenschaft des Pulvers, die sich einerseits in diesen cremigeren, fast schon etwas schmierigeren Proteinshakes zeigt, andererseits wird damit aber auch der Rice-Pudding oder auch die Haferflocken deutlich pappiger. Ich verlinke euch dazu am besten nochmal in der Videobeschreibung ein weiteres Video, wo ich das Tasty Way mit Xanthan mit dem WPC-80 ohne Xanthan in verschiedenen Szenarien miteinander verglichen habe. Genau dieses WPC-80, das übrigens vom Bodybuilding-Depot kommt, ist dann aber auch gleich unser nächster Kandidat für dieses Video. Das ist, wie der Name schon andeutet, auch wieder ein reines Whey-Protein-Konzentrat, verfolgt aber im Vergleich zum Tasty Way einen völlig konträren Ansatz. Das Bodybuilding-Depot hat sich nämlich auf die Fahne geschrieben, bei ihren Produkten immer so gut es geht auf Zusatzstoffe zu verzichten. Hier finden wir also keine Farbstoffe, Verdickungsmittel oder dergleichen, sondern wirklich nur den Molkenrohstoff mit dem entsprechenden Emulgator, der aber immer dabei ist, das Aroma und mit Sucralose auch jeweils immer nur ein Süßstoff. Diese Reduktion auf das Nötigste bietet dann auch in der Praxis zwei zentrale Vorteile. Zum einen kostet so ein Whey-Protein, das hier in diesen Papiertüten erhältlich ist, vor Rabattcode FELIX5 mit aktuell 23,90 Euro, verhältnismäßig wenig und zum anderen kommt das Pulver trotzdem noch auf seine 76 bis 77 Prozent Eiweiß. Der Eiweißgehalt des WPC-80 ist also höher als beim Designer Whey, obwohl wir hier ja von einem reinen Whey-Protein-Konzentrat sprechen und das auch unter anderem deswegen weniger kostet. Man merkt das dem WPC-80 etwas dadurch an, dass der Geschmack in Wasser häufiger mal etwas dünner ausfällt. Diese Intensität vom Tasty Whey ist hier also nicht präsent. Dafür hat man hier aber auch eine im Vergleich echt deutlich dezentere Süße, was ja je nach Geschmack natürlich auch gefragt sein kann. Für mich persönlich ist das zum Beispiel für Shakes in Milch ein absolutes Pro-Argument und da muss ich als Highlight-Flavor auf jeden Fall auch das WPC-80 Bourbon-Vanille hervorheben. Der kostet im Vergleich zum normalen Vanille-Flavor, der geschmacklich aber gar nicht mal so weit davon abfällt. Zwar als einziger Geschmack etwas mehr, dafür kommt hier aber dann auch natürliches Bourbon-Vanille-Aroma zum Einsatz und das schmeckt man dann halt auch. Andere Flavors, die ich auch noch empfehlen könnte, wären dann noch Butterkeks, Stracciatella oder auch Schoko-Intensiv, wo man im Vergleich zum normalen Schoko-Flavor den Kakao-Anteil erhöht hat, was sich besonders im Porridge richtig gut macht. Das nächste Protein, das wir uns anschauen, ist dann das Over Whey von Overshield, das analog zum WPC-80 auch wieder durch einen sehr guten Preis punkten kann. Der Ansatz hier geht dabei aber wieder in die komplett andere Richtung. Im Pulver haben wir nämlich erneut einen Mix aus Whey-Protein-Konzentrat und Isolat, wobei letzterer wieder variabel ausfällt. Standardmäßig sind 10% Isolat enthalten, allerdings wird dieser Anteil gerade bei den Schoko-Flavors immer nochmal etwas angehoben, um auf jeden Fall einen Eiweißgehalt von 70% garantieren zu können. Das ist in der ersten Charge tatsächlich noch etwas misslungen, weil der errechnete Proteingehalt im Vorfeld in der Praxis dann doch etwas niedriger ausfiel. Allerdings soll das laut Aussagen des Herstellers in den kommenden Chargen korrigiert werden, damit eben dieser Eiweißgehalt von mindestens 70% auch sichergestellt werden kann. Grundsätzlich ist der Proteingehalt aber hier, wie ihr merkt, auch wieder ein paar Prozentpunkte niedriger. Und das liegt vor allem daran, dass der Geschmack des Overways analog zum Tastyway von eben wieder richtig intensiv ausfällt. Die große Stärke des Produkts ist es also erneut, dass es auch in Wasser noch richtig intensiv schmeckt und dafür wird erneut nicht an Zusatzstoffen wie Aromen, Kakaopulver oder Verdickungsmittel eingespart. Meine Highlight-Flavors bei diesem Produkt sind zum einen Vanille-Butter-Keks und zum anderen der Weihnachtsgeschmack-Marzipan-Kugeln. Normalerweise ist für mich nämlich Marzipan keine 10 von 10 Süßigkeit, aber die Umsetzung hier mit diesem leichten Milchteig-Aroma, die hat mir wirklich extrem gut gefallen. Das nächste Proteinpulver, das wir uns anschauen, ist das Natural Whey von HPN. Hier wird dann immer mit einem Mix aus 70% Whey-Protein-Konzentrat und 30% Whey-Protein-Isolat gearbeitet, wodurch der finale Eiweißgehalt mit Ausnahme des Mousse au Chocolat-Geschmacks immer bei sehr soliden 78% liegt. Der Eiweißgehalt bei Mousse au Chocolat fällt übrigens deshalb niedriger aus, weil bei Schokoflavern in der Regel immer noch mit Kakaopulver gearbeitet wird und das schlägt natürlich auf die Nährwerte. Im Vergleich zu unserer Referenz ESN sind hier vor allem zwei zentrale Merkmale zu nennen. Zum einen sind die Protein-Shakes von HPN geschmacklich wieder etwas mehr auf der natürlicheren Seite anzusiedeln. Es wird also auch viel mit natürlichen Aromen gearbeitet und die Süße fällt zudem eher dezent aus. Das macht die Shakes in Wasser zwar erneut etwas wässrig, besonders in Milch profitiert man dann aber natürlich eher davon, wenn die Shakes eben nicht mehr ganz so intensiv und süß ausfallen wie bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das zweite relevante Merkmal ist hier noch der Zusatz des Multi-Enzym-Komplexes namens Digesheim. Dahinter verbirgt sich ein Mix aus mehreren Verdauungsenzymen, die die Aufnahme der Nährstoffe in unserem Körper optimieren soll. Bekanntestes Beispiel dafür ist sicherlich das Lactasenzym. Man sollte allerdings im Hinterkopf behalten, dass das darin enthaltene Alpha-Amylase-Enzym auch Stärke spaltet. Verarbeitet man dieses Pulver also in seinem Porridge- oder Rice-Pudding, wird das Ganze nicht fest, sondern bleibt eher flüssig, was je nach Vorliebe eher ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein kann. Da das Produkt aber noch sehr neu ist, gibt es hier aber auch nicht so viele Geschmacksrichtungen zur Auswahl. Mein persönliches Highlight davon wäre wahrscheinlich der Panzerschnecke-Flavor, weil der nicht nur zimtig schmeckt, sondern auch dieses Teigige einer richtigen Zimtschnecke sehr gut einfangen kann. Das letzte Produkt für dieses Video wäre dann noch das Perfect Wave von Body IP. Auch hier arbeitet der Hersteller wieder mit einem Mix aus Whey-Protein-Konzentrat und Isolat und erreicht durch diesen Mix sogar ein Eiweißgehalt, der laut Verpackungsangabe sogar teilweise über 80% liegt. In meiner Eiweißanalyse kamen allerdings dann nur 77% raus. Ich denke, da liegt dann wohl eher die Wahrheit. Deswegen würde ich das Perfect Wave von Body IP auch in Sachen Eiweißgehalt eher auf einem Niveau mit dem WPC-80 vom Bodybuilding-Depot oder dem Natural Wave von HPN sehen, aber eben nicht darüber. Das zentralste Merkmal hier ist aber auf jeden Fall der äußerst hohe Süßegrad. Ich vergleiche die Produkte hier ja wie gesagt immer mit ESN und wenn ich es nicht explizit gesagt habe, dann war die Süße immer in etwa auf dem Niveau vom Designer Wave. Allerdings ist das beim Perfect Wave dann nicht mehr der Fall und hier liegen wir sogar nochmal etwas darüber. Wer also sehr, sehr süße Shakes mag, der ist hier dann auf jeden Fall richtig. Die Performance in Wasser, die profitiert auf jeden Fall von der Süße und selbst Schokoflavers wie die Haselnuss-Schokopraline kommen in Wasser noch richtig gut durch. In Milch dagegen ist es dann für mich persönlich auf Dauer dann doch etwas zu viel des Guten und ich habe mich an manchen Flavors wie dem Lemon-Cheesecake-Geschmack zum Beispiel dann doch sehr schnell auch ziemlich satt getrunken. Trotzdem kann ich auch hier wieder einige Flavors empfehlen und darunter fällt vor allem der Mini-Milcheis-Flavor, dessen sahnig-vanilligen Geschmack mir bis heute auf jeden Fall nicht zum Hals raushängt und auch der eben schon genannte Haselnuss-Schokopraline-Geschmack ist ebenfalls richtig gut geworden. Und damit wären wir am Ende dieses ersten Proteinpulver-Videos angekommen. Wie gesagt, gibt es nicht dieses beste Proteinpulver, aber ich hoffe, dass ich euch mit diesen Beschreibungen zumindest die Eigenschaften der Proteine etwas näher bringen konnte und ihr auf Basis dessen in der Lage seid, eure Favoriten herauszupicken. Bis zum nächsten Mal.